Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Wir hatten uns über die Sternexplosion unterhalten, Super Norway. Es gibt verschiedene Typen und es gab ein Video mit dem Teil 1. Und ich hatte euch versprochen, dass wir im Teil 2 das Thema noch ein bisschen vertiefen wollen. Das machen wir jetzt. Im ersten Teil des Videos hatten wir festgestellt, dass es im Wesentlichen zwei Typen von Super Norway gibt, Typ 1 und Typ 2, die unterscheiden sich darin, ob man Wasserstoff beobachten kann in den Spektren dieser Sternexplosion. Der Grund ist, dass der Wasserstoff in einer Hülle sich befindet von einem massereichen Stern. Das wäre dann die Typ 2 Supernova. Man kann diesen Wasserstoff dann nachweisen, weil er in der Explosion zum Leuchten angeregt wird. Typ 2 Supernovae waren also mit Wasserstoff. Typ 1 zeigen keinen Wasserstoff und das liegt eben daran, dass wir hier einen ganz anderen Vorläuferstern haben, der explodiert, nämlich einen weißen Zwergstern. Das ist der ausgebrannte Kern eines sonnenartigen Sterns. Es gibt keine Wasserstoffhülle. Folglich fehlt auch dieser Wasserstoff in den Spektren. Das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen diesen beiden Typen von der Beobachtung her. Wir haben aber auch festgestellt, dass es eine andere Bezeichnungsweise gibt, nämlich die Gravitationskollaps Super Norway. Das ist eher die theoretische Sichtweise auf das Problem. Und dann gibt es zum Beispiel die Typ 1b und Typ 1c Supernovae, die auch zu den Kollapszuständen von massereichen Sternen zugerechnet werden müssen, die aber eben dann hier auch eine Gravitationskollaps Supernova darstellen. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Bezeichnungsweisen, die dann hier auch für Verwirrung sorgen können. Ich möchte jetzt noch mal was zu sagen zu den Typ 1a Supernovae. Also das ist ein weißer Zwergstern, ein etwa erdgroßer Körper, der ungefähr eine Sonnenmasse schwer ist und dann eben explodiert, dadurch, dass er an die Grenze kommt, an die Grenzmasse, die man die Chandrasekha-Masse nennt. Auch das hatten wir schon besprochen. Es gibt eine Grenzmasse, die eben dafür sorgt, dass dieser weiße Zwerg nicht beliebig schwer werden kann. Das liegt daran, dass die Elektronen, die sich in diesem weißen Zwerg befinden, nur bis zu einer bestimmten Grenzmasse dem Gravitationsdruck standhalten können. Wenn wir also noch mehr Masse draufpacken, dann reicht dieser sogenannte Entartungsdruck, der ja durch die Quantenphysik erklärt werden kann, nicht mehr aus. Es gibt die Möglichkeit, dass der weiße Zwergstern sehr schnell rotieren kann. Dann gibt es Zentrifugalkräfte, die eben noch zusätzlich gegen die Gravitation arbeiten können. Dann könnte dieser weiße Zwergstern etwas schwerer sein als die Chandrasekha-Grenze, also mehr als 1,4 Sonnenmassen, das ist diese Grenzmasse von weißem Zwergstern. Das ist also möglich, wenn er sehr, sehr schnell rotiert und dann eben dieser Entartungsdruck plus Zentrifugaldruck, könnte man sagen, dem Gravitationsdruck die Waage halten kann. Die Typ 1a Supernovae sind besonders interessant für die Kosmologen, denn es stellt sich heraus, dass wir, weil wir eben immer eine Explosion haben, ungefähr bei derselben Grenzmasse, dieselbe Explosionsenergie zur Verfügung haben. Das bedeutet also, diese Sternexplosionen sind besonders, weil sie immer gleich hell sind. Und wenn man aber sehr genau hinschaut, darum soll es also jetzt gehen, stellt man fest, es gibt Supernorwee, die würde man klassifizieren als Typ 1a, also ein weißer Zwergstern, der explodiert, der keinen Wasserstoff zeigt. Von den Helligkeiten gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Und das möchte ich gerne in einem Bild, was wir auch in einem Artikel in den Sternen-Weltraum gezeigt hatten, in der März-Ausgabe von 2020, möchte ich hier gerne zeigen. Die Abbildung stammt von einem Wissenschaftler, der das in einem Paper verwendet hat, Stefan Taubenberger, der uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und wir sehen hier im Prinzip die Maximalhelligkeit in der vertikalen Achse aufgetragen, im blauen Bereich von der Supernova 1a gegenüber einer weiteren Helligkeit, die hier aufgetragen wird auf der waagerechten Achse. Helligkeiten werden immer in der Astronomie in Magnituden angegeben, also in Beobachtereinheiten. Dazu ist zu sagen, und da kamen ja auch einige Fragen von eurer Seite, es gibt, wenn wir an den Himmel schauen, im Prinzip sechs verschiedene Schubladen, in die wir diese verschiedenen hellen Sterne einsortieren können, die sechs Größenklassen. Und der Unterschied von einer Größenklasse zur anderen ist eben, dass wir hier einen logarithmischen Unterschied haben, weil unsere Augen eben logarithmische Detektoren sind. Das heißt, das ist ein sehr großer Unterschied. Wenn wir von einer Klasse zur nächsten gehen, variiert der Strahlungsfluss um den Faktor 2,5 ungefähr. Das bedeutet, haben wir zum Beispiel einen Sprung von fünf Größenklassen, müssen wir 2,5 mal 2,5 mal 2,5 mal 2,5 rechnen, also 2,5 hoch 5. Das gibt ziemlich genau 100. Das bedeutet bei fünf Größenklassen Unterschied einen Faktor 100 Unterschied im Strahlungsfluss. Was ist der Unterschied von Helligkeit und Strahlungsfluss? Der Strahlungsfluss ist die Anzahl der Lichtteilchen pro Zeit und pro Fläche. Und das ist sozusagen die physikalische Einheit. Und das, was wir mit dem bloßen Auge sehen, ist die Größenklasse, die man in Magnituden angibt. Die sechs Größenklassen, die wir am Himmel sehen können, wenn ihr mal am Himmel geschaut habt, und natürlich jetzt mal Sonne und Mond müssen wir rausnehmen, die sind besonders hell, aber wenn wir die Sterne, die wir sehen können, am Himmel einsortieren wollen, dann ist zum Beispiel der Seus besonders hell. Der hat eine Helligkeit von minus 1,4 Magnituden. Also wir haben hier sogar den negativen Bereich von den Größenklassen. Und wenn wir ansonsten die anderen Sterne anschauen, dann haben die also nullte Größe, erste Größe, zweite, dritte, vierte. Das sind also dann diese sechs Größenklassen, wo man grob diese Sterne einsortieren kann. Natürlich kann man in der modernen Astronomie noch viel dunklere Objekte sehen, weil wir Teleskope benutzen können. Dadurch werden also die sehr dunklen Objekte am Himmel plötzlich sichtbar, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Das vergrößert also dann diese Skala, diese Helligkeitsskala, in den Bereich jenseits der sechsten Größenklasse, die wir definieren können, hin zu eben Größenklasse 30, 30. Klasse, das wäre dann mit Weltraumteleskopen zum Beispiel zu sehen. Und das ist natürlich einfach dann viel spannender noch, diese sehr dunklen Objekte sich anzuschauen. Das war dann im Prinzip erst möglich, als man eben vor rund 400 Jahren die ersten Teleskope hatte, um dann auch den Himmel abzusuchen nach dunkleren Objekten. Das heißt, es ist historisch bedingt, dass wir sechs Größenklassen erstmal grundsätzlich haben, die dann in Magnituden, deren Helligkeit in Magnituden angegeben wird. Wir können das umrechnen, das können wir vielleicht mal in einem separaten Video konkret an Beispielen machen, in physikalische Einheiten, also von den Beobachtereinheiten, Magnituden, können wir das umrechnen in einen Strahlungsfluss, der natürlich von der Entfernung abhängt der Quelle. Je weiter die Quelle entfernt ist, umso dunkler wird sie. Deshalb unterscheiden wir ja auch in der Astronomie die scheinbare und die absolute Helligkeit. Die absolute Helligkeit ist so etwas wie die Helligkeit vor Ort, wenn ich also ein Parsec von dem Objekt entfernt bin, also 3,26 Lichtjahre, dass es auf diese Standardentfernung dann eben normiert. Und wenn wir einfach einen größeren Abstand zu der Quelle haben, dann wissen wir ja, verteilt sich ja das Licht auf einer größeren gedachten Kugeloberfläche und damit dünnt das Licht immer mehr aus, je weiter wir weg sind mit dem Abstand eben quadratisch. Das heißt, die Helligkeit nimmt quadratisch mit dem Abstand ab. Gut, also das ist der grundsätzliche Sachverhalt. Wir können das auch dann umrechnen. Also es ist in der Astronomie kein Problem, dann von Magnituden umzurechnen in physikalische Einheiten. Man muss dann eben den Abstand auch der Quelle kennen, um dann zum Beispiel über das sogenannte Entfernungs- oder Distanzmodul die absolute Helligkeit zu ermitteln, wenn man die scheinbare Helligkeit, also die beobachtete Helligkeit am Himmel, mit der Entfernung zusammen dann über ein logarithmisches Gesetz in diese absolute Helligkeit umrechnet. Vielleicht können wir einfach hier das mal kurz einblenden. Die Gleichung dafür, das wurde also von Poxen gefunden, diese Gleichung setzt also die absolute Helligkeit Groß-M mit der scheinbaren Helligkeit Klein-M und der Distanz R in Bezug. Und so können wir in der Astronomie eigentlich auch dann Entfernungen bestimmen. Das ist ja ein ganz großes Geschäft in der Astronomie. Wenn wir nämlich irgendwie zum Beispiel eine Möglichkeit haben, auf die absolute Helligkeit der Quelle in irgendeiner Form zu kommen, zum Beispiel über physikalische Gesetzmäßigkeiten, da ist ein bekanntes Beispiel, was auch schon öfters in unseren Videos erwähnt wurde, die Zephiiden-Sterne, veränderliche Sterne, die nämlich ihre Größe verändern können. Also wir haben eine leuchtende Gaskugel und je größer die Kugel ist, umso größer ist die leuchtende Oberfläche. Das heißt, die absolute Helligkeit wird auch dann zunehmen von dem Stern. Absolute Helligkeit könnte man auch sagen wie Leuchtkraft, die hängen natürlich beide miteinander zusammen. Leuchtkraft L und absolute Helligkeit Groß-M hängen miteinander zusammen. Und das Witzige bei den Zephiiden ist eben, dass die sozusagen pulsieren. Das heißt, diese Periode, mit der sie pulsieren, größer und kleiner werden, die hängt zusammen mit der absoluten Helligkeit. Und deshalb kann man aus der wiederum beobachteten Periode des Zephiiden schließen auf die absolute Helligkeit. Das heißt, das Schöne bei den Zephiiden-Sternen ist, wir können die scheinbare Helligkeit, klein m, direkt beobachten, astronomisch von dem jeweiligen Stern. Auf die absolute können wir schließen, über diese Perioden-Leuchtkraft-Beziehungen, die also die absolute Helligkeit in Bezug setzt mit der wiederum beobachtbaren Periode. Das heißt, wir haben Groß-M und Klein-M, können aus einer Gleichung, die jetzt eben hier Entfernungsmodul heißt, so auf die Entfernung schließen von dem Objekt. Deshalb werden die Zephiiden seit eben über 100 Jahren auch benutzt, um damit Entfernungen zu bestimmen. Das Schöne ist eben, man kann auch sehr weite Entfernungen dann messen, zum Beispiel auch extragalaktische Entfernungen, also zum Beispiel in anderen Galaxien wie der Andromeda-Galaxie. Das hat der Edwin Hubble zum Beispiel auch gemacht und das auch genutzt, um dann damit die Entfernungen zu diesem Nebel, damals noch genannten Objekt, zu bestimmen. Das heißt, was man eigentlich machen möchte, ist auch, um wieder auf die Supernovae zurückzukommen, wie kann man jetzt damit Kosmologie betreiben. Die Helligkeit, die absolute Helligkeit von dieser Supernova Typ 1a ist also im Wesentlichen, das ist die Annahme, immer gleich. Beobachten kann ich die scheinbare Helligkeit und deshalb kann ich aus beiden zusammen auch wieder hier auf die Entfernung schließen. Dass dieses Geschäft nicht so einfach ist, möchte ich jetzt in der weiteren Abbildung zeigen, die wir also in Sternen-Weltraum gezeigt haben. Das ist hier diese Abbildung, die die Helligkeit im Bereich des blauen Filters, also die Blauhelligkeit einer Supernova 1a, gemessen in Magnituden, also in Beobachtereinheiten, in Beziehung setzt zu dem Abfall dieser Helligkeit der Supernova in den ersten 15 Tagen. Und zwar hat man das eben Anfang der 90er Jahre herausgefunden, dass es da einen Zusammenhang gibt, den man die Philips-Relation nennt. Dieser Zusammenhang wurde schon früher gefunden. Psykowski hatte da schon in den 1970er Jahren dann die Vermutung geäußert und Mark Philips, ein US-Astronom, hat das in den 90er Jahren dann mit einer größeren Menge von Daten, mit mehreren Supernova-Explosionen, dann genauer analysiert. Und in der Abbildung sehen wir jetzt also hier eine dicke schwarze Linie, die im Prinzip diese Philips-Relation markiert. Was sagt die uns? Sie sagt uns, dass wir hier eine Relation haben zwischen der Maximalhelligkeit im blauen Bereich von dieser Supernova und ihrem Abfall in den ersten 15 Tagen. Diese Relation besagt vereinfacht, je heller diese Supernova vom Typ 1a im Blaubereich ist, umso langsamer fällt sie dann auch in den ersten 15 Tagen in ihrer Helligkeit ab. Denn auf der waagerechten Linie dieses Diagramms ist ja auch wieder eine Helligkeit in Magnituden angegeben, nämlich der Helligkeitsabfall in 15 Tagen. Das wird dann immer als diese Größe auf der waagerechten Achse wird Delta M 15b genannt. Damit ist einfach gemeint, der Unterschied der Helligkeitsabfall nach 15 Tagen b für im blauen Filter, im blauen Bereich der Strahlung. Diese Abbildung zeigt aber auch, dass das Geschäft der Supernovae nicht so einfach ist, wie man das glaubt. Es gibt also viele andere Typ 1a als Typ 1a klassifizierte Supernovae, die in diesem Diagramm aber nicht entlang dieser schönen dicken schwarzen Linie sich dann gruppieren, sondern auch komplett woanders liegen. Das heißt, sie widersprechen offenbar dieser Philips-Relation. Und da hat man jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, woran das liegt. Es gibt also ganz andere Typen von Supernovae und auf die möchte ich jetzt im Folgenden noch mal kurz eingehen. Also ich will vielleicht mal zwei Gruppierungen herausgreifen, die wir in dem Diagramm sehen. Also oberhalb von der schwarzen durchgezogenen Linie gibt es da die Supernovae Typ 1a vom, genauer gesagt, vom Typ 91t. Der Name geht einfach zurück auf den Prototypen dieser Supernovae, den man im Jahr 1991 beobachtet hat. Und dann werden ja auch, so ähnlich wie bei den veränderlichen Sternen, die Supernovae mit einem angehängten Buchstaben noch weiter klassifiziert, je nachdem wann die in dem Jahr beobachtet wurden. Die bekommen wir auch unter Umständen dann zwei Buchstaben hintendran, großgeschrieben, kleingeschrieben. Also da sollte man sich nicht einfach verwirren lassen. Das sieht nur verwirrend aus, aber ist eigentlich nur ein Katalogname. Also 91t, die befinden sich oberhalb der durchgezogenen Linie, sind also etwas heller, als man das erwarten würde, von einer Supernova Typ 1a. Der Grund ist offenbar, dass wir hier eine viel größere Menge haben an Nickel, was zur Verfügung steht. Wir erinnern uns, bei einer Supernova vom Typ 1a haben wir ja eine Verbrennung von Kohlenstoff und Stickstoff im Inneren dieses weißen Zwergsterns, was dann explosionsartig verbrennt, zu Nickel. Und das Nickel wiederum, was dann zur Verfügung steht, zerfällt radioaktiv und speist im Prinzip dann durch diesen radioaktiven Zerfall, durch die frei werdende Energie, diese Supernova-Helligkeit. Das heißt, je mehr Nickel ich zur Verfügung habe, umso heller ist auch die Supernova vom Typ 1a. Offenbar ist es bei dem Typ 91t, also der Fall, dass wir viel mehr Nickel zur Verfügung haben und deshalb sind die auch viel heller. Was da genau passiert, muss man natürlich dann mit Computermodellen versuchen herauszufinden. Sind es vielleicht zwei weiße Zwerge miteinander verschmelzen? Ist es ein weißer Zwerg, der einfach seine Chandra-Seca-Granze von 1,4 Sonnenmassen überschreiten kann? Weil er zum Beispiel sehr schnell rotiert, dass deshalb eben mehr Materie zur Verfügung steht. Also das zeigen dann eben die genauen Vergleiche mit Modellen. Wir haben außerdem einen Typ Supernova, der unterhalb von dieser schwarzen Linie liegt, 91BG. Das war also auch ein Prototyp, der im Jahr 1991 beobachtet wurde. Hier sehen wir, es ist unterhalb der schwarzen Linie, also etwas lichtschwächer und wie sich auch herausstellt, etwas röter. Das heißt, hier haben wir einen anderen Prototyp und was die Astronomen jetzt, die Supernova-Forscher versuchen, ist eben aus diesem Puzzle von vielen verschiedenen Typen von Sternexplosionen, die sich von der Beobachtung unterscheiden, in der Helligkeit, aber auch in den Spektren, kommt da Wasserstoff, Helium vor, kommt da Silizium vor. Aber da kann man also versuchen, und das haben wir versucht, auch in dem Artikel, in diesen Zweiteilen bei Sternen und Weltraum, ein bisschen klar zu machen, dass wir hier im Prinzip ja versuchen, dieses Puzzle zusammenzufügen, um dann ein Gesamtverständnis von Sternexplosionen zu bekommen. Also was ich aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein Supernova-Forscher, habe das mir natürlich angeschaut, genau was da so der aktuelle Stand ist der Entwicklung. Aus meiner Sicht ist es einfach so, wir haben einen sehr großen Zoo von Sternexplosionen und es gibt wahrscheinlich nicht diese sehr strengen Schubladen, die wir versuchen da als Astronomen zu definieren, dass wir sagen, das ist ein genau bestimmter Helligkeitsbereich, es gibt genau diese Ausprägung an der Linie, sondern es ist eher so ein kontinuierlicher Übergang, dass dann Linien langsam immer schwächer werden, nicht mehr oder kaum nachzuweisen sind im Spektrum und es gibt auch einen kontinuierlichen Übergang von den Helligkeiten. Das heißt, es sind nicht so scharf abzugrenzende Schubladen, wie wir das gerne hätten und das zeigt immer mehr die Entwicklung der letzten Jahre, dass da die Übergänge fließend sind, so könnte man das auch sagen. Die Kosmologie ist natürlich, und das war mir nochmal wichtig zu sagen, denn es gibt ja immer wieder auch Zweifel an den ganzen Messungen, dass die Leute sagen, ja Moment mal, die haben ihre Supernova-Explosionen ja gar nicht richtig verstanden, wie wollen die dann damit Kosmologie betreiben, irgendwelche kosmologischen Parameter bestimmen und dann uns die Welt erklären und sagen, ja das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, es besteht zu zwei Drittel aus dunkler Energie, es besteht zu einem Drittel aus Materie. Wie kann man sich da so sicher sein, wenn es so viele Unwägbarkeiten gibt? Ein Punkt ist eben, die Astronomen, die Supernova-Forscher, die Kosmologie mit Sternexplosionen betreiben, nehmen sich natürlich nur die sehr gut verstandenen Typen heraus, die sehr gut verstandenen Beobachtungen. Adam Rees zum Beispiel, der auch den Nobelpreis bekommen hat, zusammen mit anderen Supernova-Forschern, die also hier 1998 da den Durchbruch erzielt hatten, der hatte auch ein bestimmtes Sample von bestimmtes Supernovae herausgegriffen. Man spricht da auch vom Goal-Sample, also Daten, die gut in das Schema reinpassen, diese Filmsrelation genügen, die man also dann hernehmen kann, um dann damit Kosmologie zu betreiben. Aber allen, die Zweifel haben, möchte ich dann nochmal ein Bild zeigen, was mehr jetzt in den Bereich der Kosmologie reingeht. Es gab schon mal einen Vortrag zum Thema kosmologische Konstante hier auf Urknall, Weltall und das Leben, da habe ich das Bild schon mal gezeigt. Würde ich gerne hier nochmal einblenden, und zwar, was wir da sehen, ist, dass wir verschiedene Methoden haben, um die Energiedichten von dunkler Energie und dunkler Materie zu bestimmen. Auf der senkrechten Achse ist die Energiedichte der dunklen Energie dargestellt, dimensionslos, das sind diese Dichteparameter Omega Lambda genannt in der Kosmologie und auf der waagerechten Achse haben wir den Gehalt an Materie im Kosmos, Omega M, also wieder ein Dichteparameter, der dimensionslos ist. Materie bedeutet, das enthält sowohl die normale Materie als auch die viel häufiger vorkommende dunkle Materie. Die werden also beide zusammengefasst zu Materie in der Kosmologie und werden dann Omega M genannt. Und was der Plot sehr schön zeigt, also es geht darum, jetzt um die Energiedichte in dem lokalen Universum, wohlgemerkt, also in dem Universum jetzt, hier und heute, das also 13,8 Milliarden Jahre alt ist, das sich bei der Rotverschiebung, kosmologischen Rotverschiebung von Z gleich 0 befindet. Und was dieses Diagramm zeigt, ist eben, dass diese Messungen mit Supernovae Typ 1a nur eine Methode sind, um das Ganze zu bestimmen. Wir sehen also hier verschiedene Messmethoden, die sich hier mit verschiedenen Bereichen überlagern. Die Abbildung zeigt in Blau die Messungen mit Supernovae vom Typ 1a, in Grün die Messungen aus dem Wachstum der großräumigen Struktur, was man in Galaxienhaufen sehen kann, und in Orange die kosmische Hintergrundstrahlung. Hier sieht man sehr schön, das sind also solche Flächen in diesem Diagramm. Was sagen die uns? Die besagen eigentlich nur, dass jetzt die Möglichkeit für den Parameter der dunklen Energie auf der vertikalen und für die Materie in der Waagrechten eingeschränkt wird durch diese Flächen. Das heißt, es sind nicht beliebige Kombinationen möglich. Jede Methode besagt, mit dieser Fläche nur Werte innerhalb der Fläche können angenommen werden. Und es sind drei unabhängige Messmethoden, kosmische Hintergrundstrahlung, Strukturbildung, Galaxienhaufen und eben die Supernovae. Und das Schöne ist, alle drei Flächen überlappen sich in einem Bereich, überschneiden sich, das ist dann in der Abbildung grau markiert. Und das ist der Parameterbereich, wo wir sagen können, so sind diese Parameter festgenagelt, nämlich auf die genau etwa zwei Drittel dunkle Energie, 0,7 ungefähr ist da der Parameter von dem Omega Lambda, und 0,3 ist das Omega M, also für die Materie, was wir auf der Waagerechten wiederum sehen, wenn wir es dann runter projizieren. Und das ist, finde ich, das ist eine Abbildung, die zeige ich immer sehr gerne, wenn die Kritiker auf den Plan gerufen werden, die sagen, ja, mit den Supernovae, das kann doch alles nicht wahr sein und ich bezweifle die dunkle Energie. Es gibt auch viele Bücher, die ja auch mittlerweile Polemik da betreiben. Und man muss am Ende des Tages dann genau solche Plots dann auch erklären, warum können drei unabhängige Messmethoden der Astronomie besagen, es gibt offenbar diese dunkle Energie zu etwa zwei Drittel und die Materie zu einem Drittel in dem lokalen Universum bei Z gleich 0, also bei heute. Das ist die Aufgabe, die wir alle lösen müssen. Ob das dann wirklich dunkle Energie ist oder die kosmische Beschleunigung, die ja da hervorgerufen wird, die beobachtbar ist, ob das durch irgendwas anderes hervorgerufen wird, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist sozusagen dieses sehr erfolgreiche Lambda-CDM-Modell, die Standardkosmologie, Lambda eben die dunkle Energie, CDM steht für Cold Dark Matter, also für die kalte dunkle Materie, die sehr häufig vorkommt im Universum. Und das ist die Frage, die wir eben lösen müssen. Und da spielen also diese Sternexplosionen eine ganz herausragende Rolle. Deshalb gab es eben auch einen Nobelpreis dafür, weil eben zwei Supernova-Forschungsgruppen auf dieselben Ergebnisse gekommen sind, nämlich 1998 dann sagen, guck mal, das Universum expandiert, beschleunigt. Das sagen uns diese Supernova-Daten. Und das Schöne ist eben, die anderen Methoden, die stoßen sozusagen in das gleiche Horn. Das ist die Frage, die wir also lösen müssen. Und was ich so spannend finde, einfach wissenschaftshistorisch, kam dann eben Ende der 90er Jahre wieder diese kosmologische Konstante ins Spiel, die Albert Einstein ja 1917 eingeführt hatte. Das heißt, es war dann unmittelbar klar, dass das kosmologische Standardmodell mit Materie und Strahlung alleine nicht erklärt werden kann. Wir brauchen diese rätselhafte Form von Antigravitation, also dunkle Energie offenbar, die das also ganz gut erklärt, dass also das Universum in der späten Phase seiner Entwicklung beschleunigt expandiert immer größer wird. Das ist am Anfang des Universums nicht der Fall, erst am Ende, ungefähr in den letzten sieben Milliarden Jahren. Und das ist also ein sehr spannendes Gebiet. Da spielen also die Supernovae eine ganz wichtige Rolle, aber eben nicht alle Sternexplosionen, sondern eben nur Typ 1a. Und wie wir gesehen haben, nicht alle von Typ 1a, sondern nur diejenigen, die halt dieser Philips-Relation genügen und die sehr gut eben benutzt werden können, um das Ganze zu eichen und zu verstehen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Supernovae, es gibt natürlich noch viele Details, die wir besprechen können. Schaut auch vielleicht nochmal in den Artikel rein. Das waren also März und April Ausgaben von Stern und Weltraum. Wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Wir haben da auch Zugriff auf die Experten, die dann weiterhelfen können. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Die Forschung geht jetzt auch am Computer immer weiter, da immer mehr Physik zu berücksichtigen. Auch das ist natürlich unheimlich schwierig. Das haben wir versucht, dann in dem April ein bisschen darzustellen, dass die Physik natürlich sehr komplex ist. Wir haben Relativitätstheorie, wir haben Strahlungseffekte, wir haben Neutrinos, die unheimlich wichtig sind, die kühlen sozusagen diese Sternexplosion und sorgen dafür, dass überhaupt die Explosion stattfindet. Das heißt, es gibt sehr viel komplexe Physik, die man da berücksichtigen kann. Da ist man auch lange nicht am Ende. Man braucht wirklich den Computer, um sowas zu simulieren. Und da gibt es also sehr interessante Resultate, die wir auch natürlich gerne hier weiter besprechen werden. Und wir bleiben natürlich sowieso bei dem Thema am Ball. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, noch besser ein Abo. Und wenn ihr Fragen habt, sehr gerne hier in dem Videobereich direkt im Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.